Wo kommen wir dann zum Wasserdrachen? Vielleicht muss ich ja wirklich hier... Ich will ja keinen Wirbeldings machen, weil das schaffe ich ja ohnehin nicht. Spiel, tu mir das nicht an. Hey! Oder wo könnte der denn sonst sein, der Wasserdrache? Moment, wir gucken mal, wir gucken uns mal etwas um. Ja, da müsste ich hoch. Irgendwie. Was schafft er das mit einer... Ich glaube es ja fast nicht, oder? Moment, dann schauen wir mal, was hier noch so ist. Wo sind denn die jetzt eigentlich alle, die Viecher? Häuptling! Ja, Kombo. Okay. Es war so klar, dass wir da nicht rauskommen. Ja gut, das schafft es sowieso nicht. Das will ich gar nicht probieren, weil das schafft es sowieso nicht. Wow. Oh mein Gott, die Blätter sind so hart wie Beton. Was? Was ist... Was? Wieso? Was willst du mit mir reden? Moment. Ja, es ist aus. Was wird denn aus unserem Wald? Moment. Ja, es ist schön, dass du dich um deinen Wald sorgst. Ich sorge mich eher dafür, wie ich hier weiterkomme, muss ich vielleicht von ganz unten rein. Und jetzt probiere ich einmal, dass ich da mit einer Schraube hochkomme. Das geht sich doch niemals aus. Niemals im Leben geht sich das aus, dass ich da mit einer Schraube hochkomme. Nö, das geht sich nicht aus. Das brauche ich gar nicht probieren. Gut, dann schauen wir mal nach unten, weil vielleicht komme ich ja wirklich von unten rein. Da ist ein Schleim. Mein Gott, hier sind böse Aale. Aber da wird wahrscheinlich auch Strömung... Nee, da kommt keine Strömung raus. Gut, dann gehen wir diesen Weg. Da kommen wir zumindest in den Baum rein. Ich habe fast keine Luft mehr, das ist suboptimal. Blase, komm her, ich brauche dich. So. Gut, die Minen sind mir erstmal egal. Richtigerweise müsste ja da vorne dann auch alles über Schümschwerden sein. Ah, guck mal. Was sagst du? Hallo? Ich will doch nur mit dir reden. Wie jetzt, ich kann mit dir nicht... Okay, ich kann mit dir nicht reden, keine Ahnung warum. Ach, jetzt ist wirklich ja auch alles überschwemmt. Das ist ja cool. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Moment. Ja, toll. Haben wir da was übersehen? Nö. Bitte sag nicht, dass wir... Wir haben ja echt was übersehen. Nein. Ich muss ja nochmal rein. Ich will ja nicht nochmal rein. Oh mein Gott. So, okay. Gut, hier können wir raus. Ah, verstehe. Ich sehe, wo wir hier sind. Wir könnten daraus, aber ich will eher daraus. Oh, Zwischensequenz. Was? Der Wasserdrache. Bist du dafür verantwortlich, Wasserdrache? Oh mein Gott. Der scheint ersichtlich Spaß zu haben hier in diesem Chaos. Wer wagt es, diese heilige Städte ohne Erlaubnis zu betreten? Aber bist du nicht das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat? Link. Link. Ja, natürlich. Lass dich ansehen. Du bist gewachsen, seit wir uns zuletzt begegneten. Nun bist du fast ein Mann. Und das Schwert auf deinen Rücken. Ich sehe es. Du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Du begehrst, was die Göttin mir anvertraute. Eine Stimme des Heldenlieds. Bist du deswegen gekommen? Ich fühle es. Ich verstehe dein Begehr. Du so einfach sollst es nicht haben. Ja. Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Natürlich. Könnt ihr mir das nicht einfach geben? Ich muss die Welt retten, Leute. Versteht ihr das nicht? Aber die wollen natürlich alle immer eine Prüfung machen. Naja, gut. Gerade eben habe ich den gesamten Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. In diesem überfluteten Wald soll deine Prüfung nun stattfinden. Bestehst du diese Prüfung, so sollst du meine Stimme des Heldenlieds als Belohnung erhalten. Was ist das? Eine Sphäre. Was passiert hier? Okay. Nein. Wir müssen jetzt wahrscheinlich ganz viel tauchen. Okay. Die Stimme, die du suchst, wurde aufgeteilt in Melodien, die im Wasser schwimmen. Link, um die Stimme zu erhalten, musst du die Melodien im Wasser sammeln. Sammle sie und bringe sie zu mir, wenn du fertig bist. Damit beweist du, dass du des Heldenlieds würdig bist. Okay. Okay. Ernsthaft? Ja, leider. So. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Was ist das Rote? Ist das eine Stimme oder ist das ein Fisch? Ne, das ist... Ist das eine... Hallo? Bleib hier! Ja, das ist... Ach ey, das ist wirklich eine... Okay. Was ist das für ein Kreis? Ach, das sind... Ach, okay. Das sind... Kreisrundenoten. Hui! Ja, da haben wir jetzt nicht alle gesammelt. Das ist schade. Ach, ich muss die... Ach, okay. Ich muss eine Oktave... Also eine Oktave. Hier so eine Ding jetzt immer, immer gesammelt sammeln. Sonst wird das nichts. So, jetzt haben wir es. Tada! Sehr schön. Okay. Gut. Ja, das macht Spaß. Nicht? Naja, gut. Auf jeden Fall, komm. Wir schwimmen ein bisschen hier herum. Das Problem wird nur sein, wie finden wir alle? Das ist eher mein Problem. Wie werde ich hier jemals alle finden? Habe ich das in der Aura suchen? Natürlich nicht. Da, 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 da. Da, 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 da. So, da. Das ist hier... Wo ist das? Ach, ein Bernsteinhalbmünde. Ja, nimmst du... Link. Ich sag ja nichts. Nee, komm, wir haben so viel Bernsteinhalbmünde. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu mühsam. Ja, ich seh, Link, dass du am sterben bist. Ah, okay. Mit dem Wirbel kann ich sie besser gesammelt einsammeln. Das ist gut zu wissen. Wie? So. Okay. Gut, da oben sind noch welche. Aber ich frage mich wirklich, wie ich jemals hier... Wie ich die finden soll. Hey! Ja, sehr schön. So, das Ding hat mir etwas zu sagen. Komm, sprich mit mir. Reden. Willst du die Melodien fangen? Genau. Dann habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Wenn du die Melodien nicht schnell genug fängst, verschwinden sie aus deinem Notenblatt. Dreh dich beim Schwimmen und sie mit einem Wirbel anzusaugen. Und alle auf einmal einzufangen. Nur eine Frage der Ausdauer. Hey! Ja, Spaß. Juhu. Gut. Okay. Ah, da unten schwimmen wieder welche? Ich meine, es sieht schon schön aus hier unter Wasser. Und da kann man nichts dagegen sagen. Darf man jetzt echt nichts dagegen sagen. So. Hey! Haben wir alle vier? Sehr schön. Gut, und da könnten wir ein paar Herzen sammeln, aber ich will diesen Blob kaputt machen. Blob stirbt. Sehr schön. Da sind die Augen sind davon geflogen. Okay. So, da vorne. Ah, Violette. Okay. Es gibt die wirklich in verschiedensten Farben und Tonlagen, diese Noten. Ah, das ist schön. Ah, gut. Und hier ist zumindest etwas abgegrenzt. Damit wir nicht alles abschmieren müssen. Das ist gut. Da bin ich froh. Das sind normale Fische, oder? Ja, das sind normale Fische. Das sind keine Noten. Ah, da unten. Das sind welche. Die stehen still. Also, wie es aussieht, manche stehen still, manche schwimmen herum, manche sind da, manche sind dort. Das ist ja alles sehr, sehr lustig. Autsch. Okay. Autsch. 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 Nein. Oh mein Gott. Okay, nein. Komm, ich bin am ersticken. Nicht jetzt hier böse Fische auch noch. Ich bin am ersticken. Leute. Tschüss. Vorsicht, Link. Sie sind ein paar bösartig aussehende Fische aufgetaucht. Wenn sie dich sehen, wird es gefährlich. Sei vorsichtig. Ja, es ist so auch schon recht gefährlich. Ja, komm, Link. Reiß dich zusammen, Link. Gott sei Dank. Wir haben wieder Luft. Was? Du sagst mir auch noch was. Moment. Wir reden mit dir. Aber wir reden. Fange die fliegenden Melodien mit einer Wasserschraube in den Hinterriss. So an der Flucht. Ach. Mensch, wir brauchen ja Luft dafür. Also übertreibe es besser nicht. Ja, ich brauche Luft dafür. So, jetzt machen wir hier mal diesen böse aussehenden Fisch kaputt. Oh, guck mal. Hoi. Ha, ha, ha. Stirbt der dann? Aber was passiert mit dem? Okay, ich muss ihn zweimal hauen, dann ist er hin und hinterlässt ganz viele Herzen. Wo sind die Herzen? Ah, die schwimmen hier. Hier. Ja, gut. Die Herzen kann ich natürlich nicht gut einsammeln. Na, okay. So. Hier ist noch einer. Komm, die machen wir gleich mal kaputt. Die böse aussehenden Fische. Weil, was soll die? So. Gut. Wieder drei Herzen. Das haben wir jetzt diesmal schon. Ja, natürlich. Also theoretisch sammeln wir sie ein. Praktisch haben wir es natürlich wieder volles vergeigt. Aber gut, das ist nichts Neues. So, ja, die Fische, die kann ich kaputt machen. Das ist schön, weil es mich eher beunruhigt ist, dass ich keine Noten mehr finde. Hallo? Mensch, steckt da? Steckt doch nicht wirklich eine Note hier in diesen Dings drin. Ach, ey. Ja, toll, danke. Doch, da steckt eine drin. Okay. Na, toll. Ja, wie soll ich die... Wie soll ich die da rauskriegen? Hallo? Hey. Gut, so auf jeden Fall nicht. Können wir eine Bombe draufwerfen? Das ist die gute Frage. Wie kriege ich die da raus? Ja, so nicht, weil die Bombe... Hey, mit dem Wirbel müsste es ja schon gehen, oder ich... Na, toll. Hey. Kann der jetzt Wasser? Nö. Okay. So auf jeden Fall nicht. Ja, komm, ich spring mal drauf. Ja, aber so ging das mit dem Wirbel nicht. Mit dem Wirbel sauge ich die Dinge doch an, habe ich mir gedacht. Ja, komm, hau ab. Geh auf die Seite. Hallo. Dreh dich link, danke. Ich hoffe, die sind jetzt weg. Ach, ne, natürlich sind die nicht weg. Da ist natürlich gleich wieder einer gekommen. Ich glaube, wenn ich da auf Lande, dann müsste ich sie eventuell umdrehen können, oder? Ja, super. Okay. Ja, das wird jetzt wieder... Obwohl, ne, blöd sind die Dinge, die kann ich doch gar nicht umdrehen. Die mit dem großen, mit dem vielen Dingens, oder? Also die mit dem vielen Gedingens da unten. Ne, also so geht es nicht. Ich muss, ja, ich muss drauf landen wahrscheinlich. Nö, geht auch nicht. Na, super. Ja, wie soll ich... Warum nur? Spiel, warum tust du mir das an? Achso, Blödsinn. Ich kann ja hier... Ich sollte ja hier irgendwo hoch können, oder? Oder kann ich hier irgendwo hoch? Ne, ich komme ja hier nirgendwo hoch. Oder kann ich hier jetzt irgendwo hoch? Ja, komm. Hm. Oder lass mal so einen Fisch da diese Aufgabe erledigen. Wie soll ich jetzt das eine Ding da rausbekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt echt nicht. Ah, ich komme... Ah, okay, gut. Ich komme da jetzt hoch. Wie es aussieht, komme ich da jetzt hoch. Das ist schön. Ja, zum Glück gibt es hier kein Zeitlimit. Wenn es hier ein Zeitlimit auch noch gäbe, dann... Ja, da wäre ja alles vorbei. So. Na, zum Glück kommen wir da jetzt hoch. So, einmal. Und dann machen wir das gleich nochmal. Zweimal. Loslassen. So, die machen wir mal schnell kaputt. Ähm, wir machen sie schnell kaputt. Ja, danke. So, und wo war das jetzt hier, oder? Ja, es müsste das sein. Hey. Ja, wunderbar. Sehr cool. Haha. Wir haben es befreit. Ja, ging ja doch ganz einfach. Jetzt müssen wir es nur noch sammeln. Nicht davon. Komm, ich habe dich befreit. So, dich machen wir kaputt. Das ist kein Ding. Gut, ja. Aber uns fehlen trotzdem noch massiv viele Noten. Hier ist auch noch einer, der uns irgendwas sagen will. Ja, sprich mit mir. Die Melodien singt gern beisammen und halten sich oft bei kleinen Fischen auf. Aha. Ist das so? Ach, guck mal. Ja, hier sind wieder welche. Ja, das war jetzt doof. Ich warte lieber, bis die wieder... Genau. Da, da, da. Da, da, da. Gut, okay. So, aber wir haben noch keine Notenreihe vollständig. Das ist etwas schade. Schade. Da geht es nicht weiter. Zum Glück, ich sage es immer wieder, zum Glück ist der Bereich etwas abgetrennt. Kann ich speichern? Kann ich inzwischen speichern? Müsste eigentlich gehen, oder? Ja. Komm, wir speichern mal. Wenn nicht, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und der ganze Fortschritt ist dahin. Das wäre blöd. Und ich würde sagen, wir schwimmen jetzt einfach mal hier in dieser Richtung, auf dieser Höhe da unten. Da müssten sie uns ja unterkommen dann eigentlich. So, und jetzt werden wir uns mal kurz gucken, dass wir hier diesen Bernstein-Halbwohn vielleicht doch mal mitnehmen. So, und Link ist schon wieder am Sterben. Ich sollte die Schraube vielleicht nicht so oft verwenden. Nein, Link. Du musst es überleben. Komm, Luftblase. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon, dass jetzt genau keine Luftblase rauskommt, wo ich eine brauche. So, was hast du mir zu sagen? Wenn du diese Stachelbiester explodieren lässt, sei vorsichtig, damit dich die Explosion nicht auch erwischt. Ja, gut, das ist ein gutes Argument, weil ich bin mir sicher, dass wir hier das da machen müssen. Genau, ich wusste es. Alter Spiel, du bist so fies. Was ich die Viecher jetzt nutzen muss, um eine Wand aufzusprengen? Alter. Das ist echt, boah. Das ist schon böse irgendwie. So, aber es geht weiter. Ich meine, es ist eh gut. Es sollte ja alles ein bisschen Herausforderung sein. Sollte es ja sein. Nur die einzige Gefahr, die ich sehe, dass wir dann wirklich zum Schluss uns dumm und dämlich suchen und die letzten Noten wahrscheinlich nicht finden. Naja, schauen wir mal. Hier ist ein kleines violettes Nötchen. Bist du eine Einzelne? Nö. Wo ist die zweite? Hier ist die zweite, oder? Ja, gut. Gut. Ach, guck mal, wir haben eine Reihe vollständig. Sehr schön. Ähm, Moment. Nicht so schnell, Link. Hier. Das nehmen wir gleich mit. So, können wir da runter, oder ist hier eine Wand? Nö, da geht es noch runter. Okay. Ah, da haben wir wieder eine mit dem Typ. Hallo, Typ. Wenn du die Melodien der selben Farbe nicht schnell genug fängst. verschwinden sie aus deinem Notenblatt, das weiß ich. Das weiß ich. Danke. Ähm. Ähm. So, wo ist der letzte? Hier. Was? Hey, Link. Hörst du mich? Mir ist etwas eingefallen. Kannst du kurz zu mir kommen? Ja, ist okay. Moment. Wenn dir etwas eingefallen ist, dann komme ich natürlich schnell zu dir. Im Wirbelwind quasi. So, Freund, wo bist du? Das ist eine gute Frage. Wo ist denn der? Ah, da vorne ist er. Kann ich da raus? Hey. Ja, gut, komm. Hey. Ja, das wird zu nix. Das wird zu nix. Das führt zu nix. So. Hui. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Das Blatt bin... Wow, hau ab. Das Blatt hier, das ist etwas schräg. Ja, Freundchen, was willst du? Na gut, dich zu sehen, Link. Kommst du mit den Melodien voran? Weißt du, mir ist da etwas eingefallen. Ach, wie heißt das noch gleich? Dieser Trick da, mit dem du meinen Gefährten gefunden hast, setz den doch wieder ein. Heute müsstest du doch einfacher alle finden können, oder? Ich vermute, dass ihr die Aurasuche meint. Es ist ein kluger Vorschlaggebieter. Ich habe die Merkmale der Melodien bereits analysiert. Ja, schön. Danke. Die Melodien können nur mit der Aurasuche gefunden werden. Bedauerlicherweise funktioniert die Aurasuche jedoch nicht im Wasser. Ja, das ist natürlich etwas das Problem. Weil vor allem die Dinger bewegen sich ja auch. Ja, es ist jetzt schön, dass wir die Aurasuche haben. Also wir können ungefähr den Standpunkt der Noten finden, dass sich die Dinger bewegen auch noch. Ja.